Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die CDU hat sich nach der Niederlage bei der Bundestagswahl an der Spitze neu aufgestellt. Mit großer Mehrheit wählten die Delegierten eines Online-Parteitags Friedrich Merz zum neuen Vorsitzenden und damit zum Nachfolger von Armin Laschet. Neuer Generalsekretär ist der Bundestagsabgeordnete Czaja. Die Personalien müssen formal noch per Briefwahl bestätigt werden. In seiner Vorstellungsrede rief Merz zu Geschlossenheit auf. Dem Parteitag wertete er als Signal des Aufbruchs und der Erneuerung. Der Moment des Führungswechsels. Armin Laschet noch auf Posten, doch das Namensschild schon ausgetauscht. Gerade ist Friedrich Merz mit knapp 95 Prozent der Delegiertenstimmen zum CDU-Chef gewählt worden. Sichtlich berührt wirkt er vom unerwartet guten Ergebnis. Liebe Freundinnen und Freunde, ich nehme das Wahlergebnis an. Im dritten Anlauf übernimmt Merz den Platz, den große Teile der Basis für ihn schon lange gefordert hatten. Zuvor mahnt er die Union angesichts der verlorenen Bundestagswahl zu Geschlossenheit. Das, was wir im Jahr 2021 in der Union erlebt haben, das darf sich nicht wiederholen und das wird sich nicht wiederholen. Zusammen mit fünf Stellvertretern will Merz aus der Opposition heraus angreifen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer repräsentiert den Osten, die Kieler Bildungsministerin prien den sozialpolitischen Flügel. Merz selbst betont die Wirtschaftskompetenz. Wir wissen, dass Wirtschaft nicht alles ist. Aber ohne eine erfolgreiche und ohne eine konkurrenzfähige Wirtschaft wird weder der ökologische Umbau unseres Landes gelingen, noch der Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland auf Dauer aufrechtzuerhalten sein. Neuer Generalsekretär ist Mario Czaja, einst Berliner Sozialsenator. Er sieht Defizite in der Sozialpolitik der Union. Bei der Zukunftsfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme, bei der Kinderarmut, in der Wohnungsnot. All diese Themen konnten wir nicht in einen gewinnbringenden Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern bringen. Die Delegierten bestätigten fast alle Personalvorschläge für die Führungsriege. Allein die Vorsitzende der Frauenunion, Wiedmann-Mauz, eine Verfechterin der Frauenquote, wurde nicht gewählt. Zur Wahl von Friedrich Merz zum CDU-Chef, jetzt Christine Schwitzer, live aus Berlin. Das war heute ein persönlicher Triumph für Friedrich Merz. Nach zwei gescheiterten Anläufen haben ihn die Delegierten mit diesem Ergebnis regelrecht ins Amt getragen. Spahn und Klöckner, Merkels ehemalige Minister, wurden mit schlechten Ergebnissen regelrecht abgestraft. Das Team um Merz verspricht einen Neuanfang. Doch der Erfolg heute ist kein Ruhekissen. Die enorme Zustimmung für Merz und die neue Parteispitze ist ein Vertrauensvorschuss der eigenen Basis. Dahinter steckt eine große Sehnsucht nach Harmonie. Das Ringen um den richtigen Kurs aber wird weitergehen. Die neue CDU-Spitze muss jetzt schnell zu kräftige Themen liefern und dabei neuen Streit in der Partei vermeiden. Merz muss moderieren. Das haben ihm viele bisher nicht zugetraut. Ein erster Prüfstein ist die Frage nach dem Fraktionsvorsitz. Erste Stimmen fordern Merz schon dazu auf, auch danach zu greifen. Ein ehrliches Gespräch mit dem Fraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus steht noch aus. Schon in wenigen Wochen wird im Saarland gewählt, im Mai in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Hier kämpfen drei CDU-Ministerpräsidenten um ihr Amt. Einen langen Machtkampf kann sich die Partei dabei nicht leisten. Und damit zurück zu Konstantin Schreiber. Zwei Tage vor der nächsten Bund-Länder-Runde zur Corona-Lage hat sich die Gesundheitsministerkonferenz dem Vorschlag angeschlossen, PCR-Tests zu priorisieren. Sie sollten künftig dem Personal in Medizin und Pflege sowie besonders gefährdeten Menschen vorbehalten sein. Bei allen anderen könnte künftig ein Antigentest in einem Testzentrum reichen, wenn sie etwa einen positiven Selbsttest, aber keine Symptome haben. Die Zahl der Neuinfektionen steigt weiter rasant. Dem RKI wurden binnen eines Tages 135.461 Neuinfektionen gemeldet, 57.400 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 772,7. Bis zu 4.500 Proben landen täglich in diesem Dresdner Testlabor. In Zukunft dann auch die PCR-Tests, die man in Berlin nicht mehr schafft. Während Labore in anderen Teilen der Bundesrepublik bereits ausgelastet sind, hat man hier zwar noch Kapazitäten, allerdings spricht sich der Laborschef dafür aus, den Zugriff auf PCR-Tests zu priorisieren und zwar auf medizinisches Personal, ITS-Patienten, Pflegeeinrichtungen, überall dort, wo ich kritische Infrastruktur habe, die arbeitsfähig sein muss und überall dort, wo ich vulnerable Gruppen habe. PCR-Tests priorisieren, darauf setzen heute auch die Gesundheitsminister der Länder bei der digitalen Konferenz. Ein weiteres zentrales Thema, die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Hier gäbe es noch viele Fragen, z.B. wie genau mit Pflegekräften verfahren werden soll, die zum Stichtag noch nicht geimpft sind. Wir haben den Bundesgesundheitsminister gebeten, gemeinsam mit den Ländern rechtssichere Kriterien für eine praktikable Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zu entwickeln. Kritik zur Impfpflicht nur für Pflegekräfte ab Mitte März kommt heute aus Bayern. Es wäre besser gewesen, von vornherein eine allgemeine Impfpflicht für alle zu machen, statt nur für einzelne Gruppen. Denn die vorzeitige Einführung im Pflege- und Krankenhausbereich kann zu Verlusten an Pflegekapazitäten führen. In ganz Deutschland wie auch hier in Thüringen gingen tausende Menschen gegen die aktuellen Auflagen und eine allgemeine Impfpflicht auf die Straße. Ich bin seit 35 Jahren Krankenschwester im Gesundheitswesen. Die Politik hat sich Jahrzehnte nicht für uns interessiert, mit welchen Keimen und Viren wir zu tun haben. Und jetzt will man uns hier vorschieben für eine Impfpflicht, die für mich nicht wirksam ist. Auch in Stuttgart demonstrierten heute Tausende von Menschen vor dem SWR. Sie kritisierten die ihrer Ansicht nach einseitige Berichterstattung. Die Bundesregierung hat den Vorschlag der EU-Kommission abgelehnt, Investitionen in Atomkraft als nachhaltig einzustufen. Atomenergie sei nach wie vor risikoreich und teuer. Außerdem sei die Endlagerfrage nicht gelöst, heißt es in einer Stellungnahme an Brüssel. Erdgas für eine Übergangszeit in die sogenannte Taxonomie aufzunehmen, unterstützt die Regierung hingegen. Sie schlug aber einige Änderungen vor. Mithilfe der Taxonomie wird bewertet, wie umwelt- und klimafreundlich wirtschaftliche Aktivitäten sind. Als sich die Ampelkoalitionäre gestern anlässlich der Kabinettsklausur zum Familienfoto vor dem Kanzleramt versammelten und prima Klima demonstrierten, war der Brief an Brüssel noch nicht unterschriftsreif. Man hatte Diskussionsbedarf. Erst spät am Abend veröffentlichte die Bundesregierung ihre Stellungnahme. Die Pläne der EU-Kommission, Atom- und Gasenergie als grün einzustufen, will Berlin so nicht. Atomenergie, nein danke, weil riskant und teuer. Atomkraft ist eine Energieform, die uns viele Probleme bereitet. Wir haben die ungelöste Endlagerfrage. Wir haben immer wieder die Unfälle. Wir haben hohe kollaterale Schäden beim Abbau von Uran. Atomkraft ist nicht nachhaltig. Und das steckt dahinter. An Silvester hatte Brüssel sogenannte Taxonomie-Vorschläge an die EU-Staaten verschickt. Mit dem Ziel, Investitionen in Atom und Gas als klimafreundlich zu labeln und damit das Vertrauen in solche Finanzprodukte zu erhöhen und die für die Klimawende benötigten Milliarden zu mobilisieren. Ein klares deutsches Nein zur Atomkraft, ein Ja aber zur Gasenergie als Brückentechnologie, um den Kohleausstieg zu schaffen und trotzdem genug Strom zu haben. Berlin aber stellt Bedingungen an Qualität der Kraftwerke und die Übergangsphase von Gas auf Wasserstoffnutzung. Die Opposition kritisiert das aus ihrer Sicht nicht klare Bekenntnis zur Gasenergie. Die erneuerbaren Energien müssen beschleunigt ausgebaut werden und wir halten es auch für richtig, dass wir für den Übergang moderne Gaskraftwerke brauchen. Diese Position muss dann aber auch glaubwürdig vertreten werden. Wenn man zu dieser Überzeugung gelangt ist, dann muss man dafür die Weichen stellen. Das können wir nicht erkennen. Die EU-Kommission will die eingegangenen Stellungnahmen aller Mitgliedstaaten jetzt prüfen. Alles andere als klar, dass sich die deutsche Position durchsetzen wird. Inmitten der Spannungen mit Russland in der Ukraine-Krise will die NATO im Mittelmeer eine Militärübung abhalten. Laut US-Verteidigungsministerium sollen die Marine-Manöver am Montag beginnen. Ein Sprecher betonte, die Übung sei bereits seit zwei Jahren geplant und stehe nicht im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt. Russland hatte zuvor für die nächsten Wochen verschiedene Seemanöver angekündigt, unter anderem im Mittelmeer. Die USA leisten der Ukraine angesichts der angespannten Lage weitere Militärhilfe. Eine US-Maschine mit 90 Tonnen Fracht, darunter auch Munition, landete in der Nacht in Kiew. Bei der Lieferung handelt es sich um den ersten Teil eines insgesamt 200 Mio. Dollar teuren Hilfspakets. Die Bundesregierung lehnt Waffenlieferungen an die Ukraine ab, will Kiew im Februar aber ein Feldlazarett zur Verfügung stellen. Dass Deutschland bitten, um Waffenlieferungen ausschlägt, sorgt in der Ukraine für Verstimmungen, ebenso wie Äußerungen eines hochrangigen deutschen Militärs. Vom Außenministerium in Kiew wurde deswegen die deutsche Botschafterin einbestellt. Der Inspekteur der Marine, Vize-Admiral Schönbach, hatte bei einer Veranstaltung Bezug auf die Annexion der Krim durch Russland genommen und gesagt, die Halbinsel sei für die Ukraine weg. Sie werde nicht zurückkommen. Diese Aussage sei unannehmbar, heißt es in einem Schreiben Kiews. In der Fußball-Bundesliga hält Dortmund weiterhin Anschluss an Spitzenreiter Bayern München. Die Borussia gewann auswärts gegen die TSG Hoffenheim mit 3 zu 2. Borussia Dortmund in Gelb ging früh in Führung. Nach einer schnellen Kombination erzielt Erling Haaland das 1 zu 0. Sein 80. Tor im 79. Pflichtspiel für den BVB. Hoffenheim danach das bessere Team, aber erst in der Nachspielzeit der Ausgleich. Kramaric trifft. Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß, es war ein hochverdientes 1 zu 1. Eine knappe Viertelstunde nach der Halbzeitpause. Wieder nach einer gelungenen Kombination Mahlen zu Reus. Erneute Führung für effiziente Dortmunder. Zweiter Torschuss, zweites Tor. Danach die stärkste Phase der Gäste. Das ist Mahlen und David Raum mit einem Eigentor. 3 zu 1 Dortmund, alle drei Tore vorbereitet von Dorniel Mahlen. 13 Minuten vor dem Ende der Begegnung. Nochmal Hoffenheim in einem guten Bundesligaspiel. Jorginho Rutter zum 2 zu 3, Endstart. Borussia Dortmund und Trainer Marco Rose mit einer Reaktion nach dem 1 zu 2 im Pokal auf St. Pauli. Gladbachstrainer Adi Hütter spürt sicher die Solidarität von Union Berlins Coach Urs Fischer. Aber die nützt auch nichts in der 18. Minute, als Zakaria dieses Handspiel unterläuft. Der Schiedsrichter Brüch nach Videoanalyse zurecht mit einem Elfmeter ahndet. Max Kruse gelingt das 4. Saisontor und die Führung der Gäste hält. Allerdings nur bis zur 40. Minute. Denn Gladbach lässt sich nicht hängen, kämpft und spielt ganz gut. Nach Hofmanns Vorarbeit ist es Manu Coné, der den verdienten Ausgleich zum 1 zu 1 erzielt. In der 2. Hälfte hat Gladbach mehr vom Spiel und auch einige Chancen. Die beste in der 77. Minute durch Luca Netz. Umso bitterer, dass die Gäste aus Berlin von einer schwachen Abwehr Zakarias profitieren. Wieder ist es Max Kruse, der gekonnt den 2 zu 1 Siegtreffer für Union erzielt. Berlin siegt 3-mal in 8 Tagen. Aber Adi Hütter und die Gladbacher kommen nicht aus dem Krisenmodus. Die weiteren Ergebnisse. Leverkusen-Augsburg 5 zu 1, Freiburg-Stuttgart 2 zu 0. Gräuter führt Mainz 2 zu 1. Im Spiel Bochum gegen Köln steht es kurz vor Schluss 2 zu 2. Gestern verlor Frankfurt gegen Bielefeld mit 0 zu 2. Morgen dann empfängt Leipzig Wolfsburg. Hertha BSC spielt gegen Bayern München. Die Tabelle. München weiter vor Dortmund. Leverkusen und Union Berlin auf den Champions-League-Plätzen. Freiburg ist 5. Die 2. Tabellenhälfte beginnt mit Mainz vor Bochum und Gladbach. Augsburg ist 16. auf den Abstiegsplätzen Stuttgart und Gräuter führt. Die Lottozahlen. 5, 7, 9, 13, 46, 49, Superzahl 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewehr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 23. Januar. In der Nacht macht sich ein Ausschläufer des Tiefs über dem Nordmeer, vor allem in den östlichen Gebirgen, noch bemerkbar in Form von Schnee. In der Nacht schneit es dort noch längere Zeit, vor allem an den Alpen. Bis zum Morgen kommen am östlichen Alpenrand bis zu 15 cm Neuschnee dazu, in Staulagen bis zu 20 cm. Am Tag viele Wolken, im Osten und Südosten noch etwas Regen, im Erzgebirge und an den Alpen noch etwas Schnee. In der Südwesthälfte lockert es stellenweise auf. In der Nacht plus 6 bis minus 4 Grad, am Tag 0 Grad in den Alpentälern, 8 Grad im Norden. Am Montag Hochnebel, im Osten gebietsweise Niesel, im Süden und Westen lockert es auch mal auf, in den Hochlagen dort länger Sonne. Am Dienstag weiterhin oft trüb, im Nordosten stellenweise etwas Regen, Richtung Südwesten örtlich Sonne. Ähnliches Wetter am Mittwoch. Am